So, und weil ich gerade rausgefunden habe, dass ich doch noch ein bisschen Zeit habe, wegen nicht so vieler Hausaufgaben und so, und so dies, das nicht Termin abgesagt worden, da nehme ich doch noch gleich mal mit Freude auf, noch ne Runde. Ähm, äh, nein. Da ist doch ne Leiter, was macht die denn da? Äh, ich muss mal kurz was tun. So, so. Hä? Achso, da ist noch. Da ist noch, so. Und hier unten ist jetzt aber immer noch. Ach, egal. So, ha ha ha. So, und jetzt erst den wegkloppen, den wegkloppen, den wegkloppen, Leiter wegkloppen dann. Ah, hier hab ich was vergessen. So. Auf, da, das weg. Perfekt. So. Was hab ich jetzt für einen Scheiß gemacht? Das hier muss offen sein. So. Ja, so. Ah, ich nehm jetzt trotzdem noch, äh, die letzte Folge auf, weil es reicht dann auch, äh, ja, nach ne Zeit reicht's dann auch mit aufnehmen. Macht zwar Spaß, aber übermäßig viel muss ich davon auch nicht haben. So, ich nehm jetzt mal kurz noch das raus und baue hier immer noch schnell eine Quelle rein. Natürlich genau an einer ungünstigen Stelle. Wie auch sonst. So, die Eimer nebeneinander, klack, klack, den voll, äh, nein, so. Und den, 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 so. Hier noch zwei und den und den. Müssten alle perfekt bis zur Mitte reichen, ja. Noch den letzten, dann baue ich das wieder zu. So. Mist, ich hätte's nicht wieder zubauen sollen. Ach, ich bin so ein Vollidiot. Ich brauch das doch nochmal, ach. Nochmal aufbuddeln, klack. Das, 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 da. Da, so. Nee, jetzt hab ich einen zu viel gemacht. Ha, ich hab's gesehen. So, der kommt weg. So geht's. Hä? So. Because is dead. So, jetzt aber. Ja, perfekt. Ähm, da kommt noch ein rein. Aha, nein. So, jetzt wär man als Zombie hier schön gefangen, was ja eigentlich unser Ziel ist, aber uns selber fangen war nicht unser Ziel. Ach, so. Jetzt den einmal noch auffüllen. Jetzt zumachen. So, jetzt sind wir mit dieser Spawning-Etage fertig. Fackeln wieder mitnehmen. So. Klack und klack und das noch so. Also, erste Etage wär damit beendet. Würde ich mal so sehen. So. So. Und da bauen wir das einfach hier zu. So. Dop, dop. Perfekt. Und jetzt geht's auf nach oben. Jetzt holen wir uns ein bisschen Redstone. Ein bisschen Sticky Pastan. Und ja, das war's eigentlich schon. Und sind wir oben? Ja, wir sind oben. Ähm, let's play Minecraft. So. Und weiter geht's. So, also ich, äh, falls ihr das sehen wollt, wie diese tolle Monsterfalle aussieht später mal. Vielleicht noch ein bisschen schöner bei uns. Da hab ich nämlich noch ein bisschen am Design gearbeitet. Ähm, dann sollte es schön werden. Also, es wird eine Monsterfalle, die beides sein kann. Normal und XP. Äh, so was wir brauchen. Beim XP, ja, ich mich natürlich auch so angestellt, dass man nur einen Schlag braucht. Und gleichzeitig noch, dass man auch die Items kriegt von den getöteten Monstern. Monstern. Genau. So ist das. So, jetzt vermehren wir mal wieder hier unsere Emmas. Ähm. Immer schön zwei. Immer schön zwei. Dreier geht nicht, mein Kühn. So, fangen wir mit dir an. Du, du und du. So. Ha, nein. Jetzt hab ich den Überblick verloren. So. Äh, du und du. Äh. Du und du. Äh, du. Macht ihr jetzt? Ne, der macht nur alleine. Der alleine geht nicht. So, ihr beiden noch. Los. Kann hier noch jemand? Und. So, klick, 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 klick. Nein, kann keiner. Ihr seid alle schon fertig. So. Könnt ihr euch vielleicht mal noch ein paar Schafis vermehren? So, hier. Da könnt ihr alle miteinander machen. So. Doppelter Spaß. Doppeltes Getreide. Äh. Äh. Ähm. rein hier. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder was abladen. So, hier tun wir jetzt einfach mal das rein. Gehen wir unter. Gehen wir jetzt einfach mal wieder was abladen. So, hier. Ähm. Da ist nichts. Holz ist da drin. Ist schön. Äh. Jetzt hier abladen. Das, das, das. Das, das, das. Kies. Kies ist hier. Nein, Kies ist da. Nein, Kies ist da. Ja. Ähm. Redstone. Redstone. Ja. Redstone. Stack. Ähm. Schleimbälle brauchen wir vier Stück. Ja. Vier brauchen wir. Und. Vier Schleimbälle haben wir. Was brauchen wir noch? Ähm. Wir brauchen noch ein Stack davon. Sehr schön. So. Ähm. Bisschen was davon noch. So. Mal elf mit. Und. Was brauchen wir noch? Äh. Redstone. Achso. Wir müssen uns noch ein bisschen was brennen. Ja, komm. Was ist da? Für reicht das. So. Ähm. Hier. Ich halte es einfach mal einen halben Stack durch. Und derzeit machen wir uns ein paar Pisten. Das ging. Soweit ich weiß. Schleimbälle noch nicht. Eis. Vier Stück benötigen wir da. Ja, vier. So. Alles wieder einsammeln. Klack. So. Und dann ging das so. Klebrige Kolben. Sehr schön. Sehr schön. So. Achso. Ich muss ja mein Inventar noch weiter ausmisten. Ähm. Wasser brauchen wir jetzt eigentlich auch erstmal nicht. Ich tue die einmal mal zu Werkzeugen. Hier. Wir haben uns sogar schon welche. Ähm. Schleimholtz. Das. Die Dinger. Kommen wir hier hin. Ähm. Was haben wir noch? Druckplatten. Zaun. Äh. Quatsch. Ach. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm. Noch irgendwas Unnützes? Eigentlich nicht. Nee. Nein. Nein. Alles wertvoll. Alles wertvoll. So. Und jetzt hoch hier. Und haben wir schon ein bisschen was. Acht Steine. So. 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 Ah. Verdammt. Machen wir jetzt mal noch elf Fackeln einfach. Wollte ja nicht lange fackeln. So. Fackel. Wie war das? So. 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 Nee. Umgekehrt. Das in die Mitte und so. Ja. Zwei Repeater nur. Äh. Drei. So. So. In die Mitte. Rechts. Links. Drei Repeater. Reicht eigentlich. Ja komm. Dann nehme ich das auch raus. So. Machen wir uns noch ein Repeater. Einfach nur so als Sicherheit. So. 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 Ein Repeater noch. Perfekt. So. Die Kohle tue ich da einfach mal rein. Und jetzt geht's los mit Redstone. Ja. So wird das sein. Und hier geht's hinab. So. Die Kühe können die schon wieder? Nee. Die haben noch nicht. Die können noch nicht wieder. Haben wir ja. Ja. Das haben wir auch mit. Nee. Das mach ich jetzt nicht. Ich hab's jetzt zwar gecrafted. Weil wir brauchen noch Blätter. Äh. Gerade nicht. Gerade nicht. So. Und. Äh. Jump auch. So. Und ich hab mir überlegt. Bei Folge 100. Werden wir zwar so ein schönes Portal schnitzen. Und in den Netter gehen. Und von den Netter gehen wir dann. In eine andere Gegend. Und das heißt Dschungel oder so. Würden wir hier vielleicht auch finden. Aber. Ähm. Mach ich einfach mal nicht. Nur so. Halt. So. Und fliegen. Bremsen. Fliegen. Äh. Fliegen. Bremsen. Fliegen. Bremsen. Fliegen. Bremsen. Jetzt können wir wieder ein Stück fliegen. Fliegen. Bremsen. Und unten. So. 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 Hier rein. So. Achso. Da hat man sogar eine Leiter. Ähm. Hier. Hier. Perfekt. Pistons. Kommen. Da. Und da. Die Leiter hier mach ich einfach mal weg. Mit der Schaufel geht das schnell. Wusste ich gar nicht. So. 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 Und dann das. 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 Das davor einfach. Dann hier ein hoch. So. Da weg. Ähm. Baue ich das hier einfach mal ab. Ähm. Klack. 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 Äh. Falsche Spitzhacke. Genau. Hier geht das dann lang. Hier geht das Signal lang. Bis ganz nach vorne. So. So. Ähm. Da brauche ich mal kurz hier lang. Hier. 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 So. So. Ähm. Kommt das da hin? So. Also jetzt kommen hier meine Redstone Skelds. Ähm. Ha. Hust übrigens. So. So. Und. Hier lang. Ähm. Einen Schalter hat man sich glaube ich so gecraftet. Ne. Andersrum. So. Ähm. So. Der kommt dann hier hin. Ne. Ich vergesse nur der hin musste. Hier hin. Ja. Da war der Schalter. So. Hier haben wir es schon mal geschafft. Aber nur halb. Weil da nur die Hälfte ist. Bauen wir hier einen schönen schicken Repeater rein. Ungefähr. Ah. Was baue ich hier? So. Und. Kommt hier. Der kommt noch ausgelöst. So. Dann. Okay. Muss ich erstmal ein Stück wieder graben. Und da ist die Folge auch schon wieder voll. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich nehme dann vielleicht doch noch eine auf. Aber versprochen ist dann wirklich die letzte. Also. Tschüss. Vielleicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.